Auf YouTube, hab ich meine Community gefragt, was die Leute mehr sehen wollen oder eher sehen wollen. Let's Plays und Tutorials. Und eine Frage, die sich mir dabei stellt ist, zweimal kam darunter der Kommentar Great Life 4. Ja, Mann! Ah, nein, 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 nein! Aber, aber, das ist doch gar nicht mal, das hat doch gar nichts mit der Frage zu tun, oder bin ich so? Ja, das hat nichts damit zu tun, aber wir wollen alle Great Life 4. Ich auch. Ich auch.